Mit dem Roboter hier kann ich ja auch nichts anfangen. Boah, Nerv! Ich will jetzt nicht wieder auf dem Schlauch stehen. Das ist nervig. Aha. Wusste ich doch irgendwas mit dem Pflanzen. Geht doch. Geh nehm, Jeph! Ich weiß nicht immer mal, immer nochmal. Ich wünsche ihn nicht. Doch, Mann. Ich will den Typen da erwischen. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch einfach nicht. Mann. Oh, Mann, ey. Was die noch irgendwie kriegen können. Ach ja. Ich sehe schon. Komm schon. Oh, Yoda. Oh, Yoda. Ich dachte, man müsste den jetzt so mit der Pistole wegschießen. Das kann man hier auch aufräumen. Wie, jetzt kommen immer wieder neue. Ich habe den Typen doch da oben weggemacht. Oder gibt es hier noch einen? Warte. Nein, hier gibt es noch einen. War ja klar. Jetzt haben wir Ruhe. Ich habe ihn. Ja, schön, es versinkt wieder. Und? Weiter? Weiter? Oder? Nee. Das sah schon nicht so aus. Geht's hier weiter? Ja, hier geht's weiter. Das blöde Schiff war wirklich nur da, um das Teil zu kriegen. Auch wenn ich mir nicht erklären kann, wie man das kriegen soll. Ja, alle gegen einen, ey. Unglaublich. Gott. Jetzt, jetzt geht's los. Get off. のでous sentir es schimpfst. Jetzt geht's los! Die schiffrei. Und? Die schiffrei. Und? Der? Die schiffrei. So, die Steine kann ich mal noch Macht wegschießen Kann ich Ich dachte, der erwischt mich noch Nein, oh Mann Voll daneben gesprungen So, kommt der Wookie jetzt mit hier hoch Oder, oder, oder Wookie Hängt der schon wieder fest, ey Kommst du nicht hoch, oder was? War ja klar Nein, nicht du, Jota Nicht du, Jota Wie oft noch, ey Ich will den Wookie 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 Keine Ahnung, ob man das so machen soll Ich hab's jetzt einfach mal so gemacht Jetzt kommt Jota nicht hoch, oder was? Ja Äh Jetzt kommt Jota nicht hoch Kommt der jetzt? Hä? Wieso kommt denn der nicht? Ich mein, dass der Wookie nicht kommt Das ist ja verständlich Aber Jota, du kommst hier hoch Du Depp Oh, da soll es wirklich Einen anderen Weg geben Wir schauen uns um Hier gibt's schon mal nichts Von Interesse Hä? Wieso kommt denn der Ich mein, dass der Wookie nicht hochkommt Ist verständlich Aber wieso kommt Jota nicht hoch? Jota, verrasch mich nicht Ich geh mal die Blumen auseinander Der Hoffnung, da ist wieder irgendwas Und meine Hoffnung wird Zerstört Hä? Äh? Äh? Ich mein, Jota, du kommst doch da hoch Okay, jetzt im Moment auch Oder ist Jota da auch nur so hochgekommen? Äh, siehst du? Hä? Boah, das ist doch eine Rotze hier Wie soll denn das gehen? Warte mal Kann ich um hier den Roboter Aha Da haben wir es doch Da haben wir es doch Jetzt kommt auch der komische Wookie hoch Kommt auch Herr Cheapacca Weg Ja, natürlich Und Bitte Gut, wir sind gleich sterben Okay Na, was hab ich euch gesagt? Sehr gut, sehr gut, sehr gut Sehr gut, sehr gut, sehr gut Ja, was hab ich jetzt davon? An sich hab ich scheinbar gar nichts davon So, der Rettungskapsel Level freigeschaltet Legendäre 3% sind wie ein Waro Jedi Aber legendäre Uns darüber fortsetzen Episode 3% ist die Rache der Sith Kapitel 5 Das Ende der Jedi Mit dem Befehl Mit dem Befehl 66 Hetzen Palpatine die Klonkriege auf die Jedi In allen Teilen der Galaxis ermorden die Klone daraufhin ihre Jedi Generäle Yoda und Obi-Wan Kenobi haben überlebt und eilen zum Jedi Temple of Coruscant Sie hoffen in den Archiven der Jedi Antworten auf diese schreckliche Wendung der Geschehnisse zu finden Mit dem Befehl oder 62% 22% 23% helpful Untertitelung des ZDF, 2020